So, wir sind wieder auf Kurs. Hier gibt's ja gar nichts. Beschiss. War Spaß. Ich treffe die letzten Vorbereitung für die Pokémon-Liga. Ich auch. Ich hab nämlich keine Ahnung, was die alle für Level haben. Ich guck auch nicht nach. Ich weiß, es sind unterwältigend wenige. Aber ich weiß jetzt nicht, wie wenig wenige das sind. Es könnte sein, dass das höchste 50 hat. Es könnte sein, dass das höchste 44 hat. Ich weiß es nicht. Was vielleicht schon klar geworden ist, als ich gesagt habe, ich weiß es nicht. Aber weiß ich nicht. So, Zertrüm-MR. Ja. War den Käfer platt? Okay, die Attacke ist so überhaupt nicht effektiv. Versäulen, das? Okay, hättest du Güte zu vuchteln? Okay, was hast du jetzt? Setzt ein Entton. Möchte ich wechseln. Määää! Ja! Mr. Bluebird! Verlei! Und weh, du hast ein Schutzeschild. Schutzeschild umgangen. Perfekt. Gut, das hätte jetzt mehr reinhauen können. Aber die Leute sind mittlerweile mit ihren Leveln relativ nah an mir dran. Von daher, das sei mal genehmigt, ausnahmsweise. Da sieht man mal, wie weit er zurückgeraten ist. Ich hab's vermasselt. Ja, natürlich hast du's vermasselt. Oh nein. Hallo, ich bin's Olga. Du ja, trainierst du deine Pokémon richtig? Ich habe gelesen, dass man die Pokémon, die man fängt mit Liebe und um sich trainiert. Apropos, ich will dem Koffender begegnen. Solche Verbreitung. Das mach ich übrigens auch privat immer. Wenn mich jemand anruft, dann lösche ich deine Nummer. Ich werd nicht gern angerufen. Das war fies, Mädel. Ich habe gegen einen Trainer namens Kacchan verloren. Er war stark, aber es schien, als sei er vom Siegen besessen. Seine Pokémon taten mir leid. Ich find's immer wieder so geil, wie der Name auf ihn passt. So, der... Der schick der Lopper in die Kampf. Hallo! Na du? Heiße Stute, du! So, rot gegen rot, aber ich hab Hydro-Pumpe, also hast du ein Problem. Gott, sieh die lahm aus. Und tschüss. Aber sie ist schön schnell. Wie so eine ewig lange Animation sieht man auch... Tch, 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 und weg. Der wenigstens Dynamik, und bist so wie heute, ne? So... Kamera zoom, wuuh, Hintergrund wird dunkel und dann... Wuuuuh, Wasserfall. Uhn. Pokémon sind unschätzbare, lebenslange Partner. Meine letzte Niederlage liegt lange Zeit zurück. Du kämpfst sehr gut, wir sollten wieder kämpfen. Ich glaube, dass ich stärker werde, wenn ich einen starken Trainer, wie dich herausfordere. Wie sieht's aus? Gibst du mir deine Nummer? Jo. Was? Dein gemeinsamen Feind, Katscha. Lass uns wieder kämpfen. Wiii, ein Top-E-Lynx hier. Das ist so unnötig, da so viele Dinger einzubauen. Hat bestimmt ein Programmierer gemacht, der gerne Stufen runterspringt. Kann ich verstehen, hab ich auch damals gemacht. Als sie endlich rausgefunden haben, wie man Stufen programmiert, waren Stufen super. Nur Trainer, die sich jetzt wirklich erwiesen haben, dürfen eintreten. Oh, alle acht Orten von Joto. Bitte geh weiter. Dieser Weg führt zum Silberberg. Wir werden beängstigend starke Pokémon begegnen. Du bist da auf dem Weg zur Pokémon-Liga, nicht wahr? Die Top-Vier sind so stark, dass sie einem Angst machen. Sie erwarten dich. Victory Road! Hier werden wir die nächsten drei Stunden verbringen. Deer Rock! Also das ist so der Moment, wo ich mir denke, oh, hättest du mal noch eine Wasserattacke aufgehoben, aber zur Trümmung war. Stimmt, ich könnte bis noch... Nee, bis wollte ich durch Hyperstrahler setzen. Echt jetzt? Du bist doch kacke! Du bist doch kacke! Arschloch! Scheiße! Okay, ich sollte mit Suikun hier durchgehen. Explodiert die Sau einfach! Was halte ich denn davon? Nicht viel! So viel ist sicher. Danke, Süße! Was? Na, ich nutze sie nicht aus. Ich hab sie ganz doll lieb. Manchmal. So, nächster Versuch. Siegestraße! Victory Road! So, jetzt mal hier wieder vom Rad runter für gezielteres Laufen, weil sonst dauernd das passiert. Kannst du auch explodieren? Okay, mich interessiert gerade ein bisschen, warum es der Trümmerer nicht so geil reingehauen hat, wie ich mir das gedacht habe. Das war irgendwie hochgradig enttäuschend. Machen wir nochmal. Das ist eine sehr effektive Attacke, ja? Okay. Okay. Zertrümmerer. Stärke 20. Ja, das war eine geniale Idee, dem Zertrümmerer beizubringen. Ab Generation 4 hat es 40 Angriff. Und selbst das wäre noch scheiße für die aktuellen Umstände. Pfuchtler! Selbst der zieht mehr ab, ey. Und der ist noch nicht mal effektiv. Und der kriegt ja noch nicht mal wirklich viel dafür, ey. Das ist ja hier reinzabler Schiss, ist das ja. Da kann ich mir auch... Also, nee. Ernsthaft? Was für eine Abzocke. Wie viel macht denn Stärke? More Lady. Attacke. Stärke bringt 80. 80 scheint mir deutlich besser zu sein als... das andere. Ja. Bescheuert hier, Elber. Versucht, Stärke zu erlernen. Möchtest du, aber kann ich. Und hier, erlernen. Ja, bitte. Ja. Die da. Danke. Ist jetzt leider keine Kampfattacke, von daher werde ich nicht wirklich den Vorteil gegen Steinsviecher haben, aber... Möchtest du ihn eigentlich killen, bevor er explodiert? Ist so eine Vermutung. So, mal gucken, er ist Gestein, ne? Das heißt, ähm, die Stärke wird halbiert. Dann sind es nur noch 40, aber es ist immer noch doppelt so stark wie Zertrümmerer. Also müsste das im Prinzip genauso viel abziehen wie Zertrümmerer, weil Zertrümmerer ist ja theoretisch doppelt. Wir benutzen jetzt mal eine Stärke gegen Ornex und gucken, was passiert. Wie gesagt, das müsste genauso viel abziehen wie gegen, ähm, wie Zertrümmerer. Denke ich. Ja. Mit dem Unterschied, dass diese hier nicht sehr effektiv ist. Und die andere sehr effektiv war. So mit Scheuheit, Elber. Ich habe schon mal gefragt, ob du Schaufler lernen kannst. Ja, ne? Kannst du nicht. Mir scheint fast, dass ich dafür wirklich einen AP Plus brauche. Oder einen Eta. Ja, ne, warte. Eta werden nur in der Pokémon-Liga verwendet. Wenn überhaupt. Ja, komm, mach. Ja, mach noch eine Hydro-Pumpe. Also durch Attacken-Lerner könnte es noch Donnerblitz, Eisstrahl und Flammenwurf lernen. Eigentlich bringt das alles nix. Weil die Attacken auch schwächer sind. Hyper-Hula. Ja, sehr schön. Das sind so die zwei Items, die ich jetzt ohne Ende brauche. Du bist kein Item, das ich brauche. Hydro. Pokémon-Pokémon-Kristall. Nachdem man die Pokémon-Liga bezogen hat, steht jeden Mittwoch und Samstag vor der Blokat der City-Spielehalde ein älterer Herr, der dem Team-Pokémon die drei Attacken für 4000 Münzen beibringt. Ah ja, die Attacken können beliebig oft beigebracht werden. Soviel dazu. Kriegen wir nicht vor der Liga. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich mal irgendwie irgendwas kriegen würde, ohne die Liga zu gewinnen. Oh, nix. Komm, eine Hydro-Pumpe noch, die natürlich daneben geht. Machen wir mal anders. Fuchtler. Pamergriffen. Ey, dass man hier mit dem Garados reingeht und das Garados so... Oho, warum? Ich bin gerade echt versucht einfach wieder... Berndi, mach es kaputt. Achso, kann ich, weil darum. Gut. Wenn du das Spiel spielen willst, dann fick dich. Wie, jetzt war es sehr effektiv. Ich gebe gleich sehr effektiv. Hier, friss Steine. Okay, jetzt wo der Klammergriff vorbei ist, kann ich jetzt irgendwie vielleicht... Berndi. Okay, Drop zurück. Berndi, go. Absorb ihn. Es lohnt sich hier sowas von überhaupt nicht zu trainieren mit dem... So, sui, kun, falsch. Nein, du kannst so viele Spezialattacken fiechst. Es ist 50 weniger, der Spezialangriff. 50. 50. 55. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Bis zum nächsten Mal.